Hallo zu einem neuen Video bei einfach und schnell kochen. Heute machen wir wieder eine Beilage. Spontan fiel mir dazu nur ein Orange und Karotte, denn es ist die Kombination aus diesen beiden Zutaten. Dazu benötigen wir, wie kann es anders sein, Karotten und Orangen, außerdem etwas Butter, Salz und Pfeffer und Thymian. Zuerst bereiten wir die Karotten zu, dazu schälen wir sie erstmal und schneiden sie dann in mundgerechte Stücke. Die Karotten kommen dann zusammen mit ein paar Butterflocken in eine Auflaufschale. Dann werden sie gesalzen und nur sehr, sehr wenig gepfeffert. Nachdem wir die Gewürze etwas verteilt haben, kommen die Orangenschalen hinzu. Diese schneide ich mit einem Sparschäler von der Orange ab. Achtet darauf, dass ihr Bio-Orangen nimmt, sodass man die Schale auch wirklich verwenden kann. Danach wird der Orangensaft dieser Orangen über die Karotten geträufelt. Der Geschmack wird dann noch mit etwas Thymian abgerundet. Die Karotten werden mit einer Alufolie abgedeckt und kommen dann in einen vorgeheizten Backofen bei 180 Grad. Sie brauchen etwa 30 Minuten. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Durch den Citrus-Geschmack passen die Karotten hervorragend zu Fischgerichten. Ich wünsche euch Bon Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und bis bald. Tschüss!